So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte heute auf Zuschauerfragen eingehen. Sehr wichtige Fragen, wie ich finde. Und bevor das Video startet, hier störtepriester.de, der Reiter Support. Ich würde mich freuen, wenn du zu meinem Telegram-Channel dazukommst. Der ist hier verlinkt. Und check auch gern mal die anderen Links. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das letzte Video von mir an. Das hieß News Ukraine, Spritpreise explodieren, besiegt Putin Zelensky, provoziert Scholz einen Atomkrieg. Das kannst du auf meinem Kanal anschauen, youtube.com slash störtepriest. Das war das letzte Sonntagsvideo. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Kommentare an. Da hat nämlich jemand geschrieben. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Also da ging es um die Sanktionen gegen Russland, weil ich bin der Meinung, dass die nichts bringen und dass man die eher aufheben sollte. Da schreibt er, wie stellst du dir das eigentlich vor? Die halbe Welt hasst Russland, Putin. Wegen eines brutalen Kriegs und wir als einziges Land machen weiter normalen Handel mit Russland und holen da schön Gas und Öl, als wäre nie etwas passiert. Als wäre es uns scheißegal, dass jemand direkt in unserer europäischen Nachbarschaft ein komplettes Land zerstört. Wir lassen unser Militär weiterhin in seinem Rostlaubenzustand und warten, bis wir von diktatorischen Unterdrückern aus Russland überrollt werden, weil die NATO zerbricht. Warum hast du eigentlich Hass auf die Menschen, die für erneuerbare Energien sind? Früher oder später machen diese uns abhängig von anderen und es besteht dann auch keine Gefahr eines Atomreaktorunfalls. Harte und ehrliche Worte. Ich muss aber dazu sagen, dass ich diesen Kommentar eben nicht so sehe. Warum? Ich gehe jetzt mal auf die erste Zeile drauf ein. Wie stellst du dir das vor? Die halbe Welt hasst Putin. Und deswegen können wir halt nicht weiter Öl oder Gas importieren. Gegenfrage, wie macht es denn Amerika? Die importieren ja weiterhin Erdöl aus Russland, damit die Spritpreise in Amerika nicht steigen. Sind aber die ersten, die uns nahe legen, dass wir sanktionieren, dass wir Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen und dass wir nichts mehr aus Russland importieren. Hier zum Beispiel. Öl von Putin. Biden gerät wegen Energieimport unter Druck. Das ist auf rnd.de. Da gibt es mehrere Artikel, aber allgemein findet man darüber nicht so viel. In den USA werden angesichts der Eskalation des Krieges gegen die Ukraine die Rufe nach einem Einfuhrstopp für russische Energieträger lauter. Immer mehr Republikaner und Demokraten unterstützen aus unterschiedlichen Gründen die Forderung. Damit gerät Präsident Biden in eine Zwickmühle. Er fürchtet einen weiteren Anstieg der Benzinpreise. Bis jetzt ist es ja so, dass die USA einfach fleißig weiter russisches Erdöl importiert. Jetzt mal zu dem Kommentar zurück. Ist die USA nicht das größte NATO-Land oder das einflussreichste NATO-Land? Und warum importiert USA weiter Erdöl, damit die Spritpreise im Land nicht steigen? Und ich muss jetzt auch dazu sagen, das was Russland mit der Ukraine hat, das geht ja jetzt schon länger, ich glaube acht Jahre lang. Da muss man auch immer so die ganze Geschichte verstehen. Ich bin jetzt nicht für Krieg. Ich finde das persönlich nicht gut, was der Putin da macht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass das jetzt passiert ist. Ich meine, das Pulverfass war ja schon länger da und wann dieser Funken da reinfällt, das war ja nur eine Frage der Zeit. Weil dann viele sagen, ja der Putin, der muss weg. Ich bin überzeugt, wenn man den Putin jetzt aus dem Amt entfernt, von mir raus aus dem ganzen Land rausschmeißt, irgendwo in Exil schickt, so wie sie es damals gemacht haben mit Napoleon, der wo dann auf Korsika und so weiter ins Exil musste, wenn man das jetzt mit dem Putin machen würde, dann bin ich persönlich überzeugt, kommt der nächste russische Präsident, der das genauso weiterführt. Weil das Grundproblem ist ja nicht gelöst. Unter anderem NATO vor seiner Haustür, hat er auch in einem Interview gesagt, das ist wie wenn man jemand ein Messer an den Hals hält, weil die können dann wirklich da Stützpunkte errichten und sind dann direkt vor Moskau. Das ist nur ein Grund von vielen. Und auch die Ukrainer haben ihre Gründe, warum sie halt zur NATO beitreten wollen und da werden sich die einfach nicht einig. Die Frage ist halt einfach nur, ob wir uns in diesen Krieg einmischen sollten. Und da bin ich der Meinung, nein, so schlimm wie es ist. Und ich hätte auch diesen Ukrainern, dem Selenskyj, nahegelegt, er sollte die Waffen niederlegen, denn er kann gegen Russland nicht gewinnen. Und solange die jetzt eben Widerstand leisten und solange jetzt Deutschland da Waffen hinliefert, desto größer wird die Zerstörung von den Städten sein in der Ukraine. Das Ganze hätte man sich auch sparen können, indem man Putin das Land übergeben hätte, so hart wie es klingt, und dann im Nachgang neu verhandelt hätte. Weil unterm Strich bleibt es ja gleich. Entweder wird jetzt die Ukraine, die Städte, komplett verwüstet, zerstört, dabei gibt es viele Tote und er nimmt das Land ein. Oder man hätte sich diese ganze Zerstörung und die Toten sparen können und er hätte es auch eingenommen. Das sehen andere vielleicht anders wie ich, aber da habe ich auch ein Video gemacht, findest du auch auf meinem Kanal. Das war das Vorletzte, glaube ich, warum ich der Meinung bin, dass die Ukraine in diesem Fall aufgeben sollte. Ich finde es nur blöd, wenn man da jetzt Deutschland mit reinzieht und wenn unsere Politiker so dumm sind und da noch Waffen hinliefern, weil das für mein Dafürhalten auch ein Einmischen ist. Und da könnte es dann mal leicht sein, dass zu einem größeren Krieg ausartet. Und auch wenn das nicht ausartet und der Putin nimmt jetzt die Ukraine ein, dann denke ich, ist das Verhältnis zu Russland auch auf längere Zeit gestört. Da kann man jetzt davon denken, was man möchte. Aber ich gehe davon aus, dass das russische Erdgas deutlich umweltfreundlicher ist als das Fracking-Gas aus Amerika. Man muss ja nur mal darüber nachdenken. Wir brauchen Gas aus Amerika. Das wird über Fracking da erzeugt. Das kann sich ja jeder selber mal zusammengoogeln, was das für die Umwelt bedeutet. Und dann muss das über große Schiffe erst nach Deutschland rübergeschifft werden. Und jetzt die Preisfrage, mit was fahren denn so Schiffe? Und was stoßen denn so Schiffe aus? Und irgendwie mit dieser ganzen Politik, was die da so machen und mit der Klimapolitik passt ja das alles irgendwie nicht zusammen. Aber da sind dann am Ende wir wieder schuld von den paar Kilometern Auto, die wir fahren. Uns wird dann wieder eingeredet über die Medien, wir sind schuld an diesem ganzen Klimawandel wegen zu viel CO2-Ausstoß. Und dann hetzt man die Leute wieder gegeneinander auf. Wenn dann jemand mehr mit dem Auto fährt und nicht das Fahrrad nimmt, dann wird er wieder an den Pranger gestellt. Aber im Gegenzug wird halt das Gas aus Amerika rüber verschifft. Die Logik muss man sich mal überlegen. Aber ich denke, die meisten Menschen, die verstehen das auch gar nicht. Die glauben das alles so und denken dann, wenn sie mit dem Fahrrad da ein bisschen rumfahren, dann haben sie irgendwie das Klima gerettet. So, das ist natürlich nicht schön, wie er das jetzt hier auch beschreibt. Einem scheißegal sein, dass er direkt ein Land zerstört. Andererseits kann man auch wieder sagen, hat die Ukraine nicht etwas zu hoch gepokert mit dem NATO-Beitritt? Ja, das ist jetzt, wie es ist. Ich finde es nicht gut, dass da jetzt viele Menschen sterben. Ich finde es nicht gut, dass der Putin jetzt Krieg führt. Also das mal ganz klar gesagt. Aber andererseits ist es auch nicht mein Krieg und ich würde mich da raushalten. Meine persönliche Meinung. So, dann mit dem Militär. Wir lassen unser Militär weiterhin in seinem Rostlaubenzustand. Naja, ganz so stimmt das ja auch nicht, denn unser Militär bekommt ja jährlich relativ viel Geld. Die Frage ist halt nur, was passiert mit diesem Geld. Ich habe das letzte Mal geschätzt, 40 Milliarden werden in die Rüstung gesteckt. Da hat eine Zuschauerin dann geschrieben, dass 70 Milliarden sind. Ich kann die genaue Zahl nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Aber sagen wir mal, irgendwas zwischen 40 und 70 Milliarden Euro. Während das ukrainische Militär jährlich nur 6 Milliarden Euro da reinsteckt. Und die können ja jetzt auch Widerstand leisten. Wir stecken dann praktisch im Jahr 100 Milliarden zusätzlich rein. Aber da kommt dann noch das drauf, was wir eh schon jährlich reinstecken, die 40 bis 70 Milliarden Euro. Also das ist eine unverschämt hohe Summe. Und trotzdem ist unser Militär, wie es scheint, so marode. Da fragt sich halt auch, was passiert denn mit dem Geld? Wo fließt denn das hin? Und wie verteidigen wir uns dann im Ernstfall? Auch wenn wir da jetzt investieren und dann Atomwaffen haben. Wollen wir dann die erste Atombombe irgendwo hinwerfen? Da ist die Frage, wie stellt sich das der Zuschauer vor? Der Wehrdienst, der wurde ja abgeschafft. Wird der dann wieder aktiviert? Also Deutschland hat ja auch gar nicht die Soldaten, wenn es zum Ernstfall kommt. Also bei mir zumindest, ich habe nie den Wehrdienst geleistet, weil ich die Bundeswehr immer schon kacke fand. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Einschätzung und persönliche Meinung. Ich habe das dann auch immer von Bekannten gehört, was man da in der Grundausbildung machen muss. Und das ist für mich total hirnrissig. Ich sehe da auch gar nicht den Sinn dahinter. Ich wäre dann totaler Quertreiber. Und wäre ich eingezogen worden, dann wäre ich wahrscheinlich unehrenhaft entlassen worden, weil ich mich da auch überhaupt nicht fügen kann. Auch gar nicht bei so Autoritätspersonen. Aber das ist mein Problem. Das ist nicht euer Problem. Das ist mein Problem. Aber ich denke mal, viele haben ja auch gar keinen Wehrdienst geleistet. Und wenn es jetzt zu so einem Krieg kommt, wir wissen ja gar nicht, wie man jetzt mit so einem Gewehr umgeht. Und auch Menschen, die jetzt den Wehrdienst geleistet haben, ob die das jetzt heute noch so perfekt können. Und gerade wenn es jetzt zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und sagen wir mal, du schaffst es, dass du dein Gewehr zusammenbaust. Du bist doch da eigentlich gar nicht mehr geübt. Ich meine, wenn man jetzt so Paintball spielt, das gibt es ja als Hobby. Da muss man auch erst üben, dass man da gut ist. Das sind auch dann so künstlich angelegte Schlachtfelder, wo man dann mit so Farbkugeln schießt. Und ich denke mal, die da sehr gut sind, die üben dann auch relativ viel. Wie bist du denn dann mit einem echten Gewehr geübt und was kriegst du da für ein Gewehr? Kannst du dann wirklich Deutschland verteidigen? Oder ist es besser, bevor man als Kanonenfutter endet, die Waffen eher niederzulegen? Ich meine, für Berufssoldaten oder für so Söldner mag das keine Option sein. Die freuen sich ja, wenn sie kämpfen können. Aber ich sehe da persönlich nicht so den Sinn. Ich glaube auch nicht, dass Kriege der Zukunft so entschieden werden. Das wird dann eher so auf die Ebene sein mit Hackerangriffen, mit Drohnen und so weiter. Und das ist dann schon ziemlich grausam. Warum hast du eigentlich einen Hass auf Menschen, die für erneuerbare Energien sind? Das sind jetzt schon harte Worte. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen, die für erneuerbare Energie sind. Das stimmt ja sogar nicht. Früher oder später machen diese uns unabhängig von anderen. Und das besteht dann auch keine Gefahr eines Atomreaktorunfalls. Ja, das ist für mich ein sehr kindliches Denken. Das ist auch das, was der Scholz immer so erzählt. Wir wollen unabhängig sein. Aber die Frage ist halt immer, funktioniert das wirklich? Wie soll das denn gehen ohne Atomenergie, ohne Kohleenergie bei so einem starken Energiehunger? Ich finde halt, Menschen, die sehen immer nicht die zwei Seiten einer Medaille. Man kann das schon alles machen, aber dann muss man halt auch wirklich so ehrlich und so weit sein, dass man sagt, man macht diesen technologischen Fortschritt nicht mit. Man geht halt wieder irgendwie zurück nach 1900 irgendwas, kauft seine ganze Ware regional, fahrt mit Pferdekutschen rum, dann funktioniert das mit Sicherheit. Aber bei dem Energiehunger, den wir haben, aufgrund der Digitalisierung, ist es einfach nicht realistisch, dass man durch erneuerbare Energien diesen ganzen Hunger stillen kann. Und da möchte ich euch jetzt mal was zeigen. Ich habe es schon mal gezeigt in einem Video. Das ist jetzt die Bundesnetzagentur und das ist jetzt die Grafik für ein Jahr. Diese rote Linie, die zeigt, was wir momentan an Energie brauchen und wie die Energie produziert wird. Die wird halt immer sehr knapp produziert. Ab und zu haben wir mal etwas mehr Energie, ab und zu mal etwas weniger. Da wird es dann immer ziemlich schwierig. Da haben die dann ganz schön zu tun, dass sie das dann umlegen. Und jetzt schmeißen wir einfach mal raus die Kernenergie. So. Dann Braunkohle, Steinkohle, das wollen wir ja alles nicht mehr. Und Erdgas wollen wir natürlich auch nicht, weil das kriegen wir ja von Russland nicht mehr. Pumpspeicher ist gut. Biomasse, Wasserkraft, Offshore, Onshore, erneuerbare Energie. Und dann schaut das Ganze halt so aus. Und da oben, die rote Linie, ist die Energie, die wir brauchen. Jetzt kommt dabei die Digitalisierung auf uns zu. Und die sagen ja, wir wollen alle E-Autos fahren. Jetzt ist die Frage, jetzt fahren ja noch gar nicht so viele E-Autos. Weil wir müssen ja dann logischerweise die ganzen Benzin- und Dieselmotoren abschaffen. Weil wo kommt denn dann das Rohöl her? Wo importieren wir das denn, wenn wir mit Russland komplett brechen? Also wird diese rote Linie deutlich höher wandern. Und das ist jetzt genau die Energie, die wir herkriegen. Und jetzt die Frage an den Zuschauer, wie machen wir das denn? Roden wir jetzt sämtliche Wälder und stellen jetzt alles voll mit Windenergie und mit Solarenergie? Und reicht das dann wirklich? Und wo kommt denn der Rohstoff her für die ganzen Solarzellen? Oder das Metall für die Windräder? Die Herstellung, die Energie, die dafür benötigt wird? Fragen über Fragen. Und warum das nicht funktionieren kann, das liegt für mein Dafürhalten hier drin. Das ist jetzt ein Wikipedia-Eintrag über die Netzfrequenz. Und es ist ja so, dass wir eine Frequenz haben von 50 Hertz. Das, soweit ich das jetzt verstehe, wechselt der Plus- und der Minuspol in der Frequenz von 50 Mal pro Sekunde. Und wenn jetzt zu wenig Strom produziert wird, als der Strom, der jetzt gerade benötigt wird, kann diese Frequenz absinken. Und wenn diese Frequenz absinkt oder schneller wird, dann hat das gewaltige Folgen, weil es dann einen Kurzschluss gibt. Weil das sind ja so Wellenberge. Und wenn die auf einmal nicht mehr stimmen und dann haben wir Wellenberg auf Wellenberg, gibt es einen Kurzschluss. Und das haut dann sämtliche Transformatoren durch, so elektrische Anlagen in so Umspannwerken. Und bis man das wieder reparieren kann, kann es auch mal sein, dass ein Monat gar nichts mehr geht. Hier steht ja, nicht kompensierbare Fehler führen zu einem massiven Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von elektrischer Leistung. Sind entsprechend starke Netzschwankungen die Folge. Wie es nebenstehende Abbildung für den Stromausfall in Europa November 2006 darstellt. Dargestellt ist der Verlauf von der Netzfrequenz für einen Teil des westeuropäischen Verbundnetzes. Zum Zeitpunkt des Ausfalls kam es zu einem massiven Unterangebot an elektrischer Leistung und damit zu einer Unterfrequenz. Im gleichen Zeitrahmen kam es im osteuropäischen Teil des Verbundnetzes zu einem Überangebot und einer Steigerung der Netzfrequenz. Im Zeitbereich des Ausfalls wurde das Verbundnetz durch Schutzeinrichtungen automatisch in mehrere autonome Segmente aufgeteilt, welche asynchron zueinander arbeiten. Durch Lastabwurf konnten diese Netzsegmente stufenweise synchronisiert und dann wieder zusammengeschalten werden. Also das schaut jetzt ungefähr so aus und da hat sich ja die Frequenz nur minimal verändert. Also hier bei 50 Hertz, das ist alles so in Ordnung. Und da ist das dann mal runtergefallen auf fast 49 Hertz. Das ist ja eigentlich nicht viel, aber das war schon ein riesengroßes Problem. Und hier war dann dieses Überangebot. Da hat es dann auch nicht gestimmt. Das muss synchron laufen, weil es sonst Kurzschlüsse gibt. Und da haben die natürlich reagiert und dann werden bestimmte Stadtteile einfach abgekoppelt. Aber sowas hat ja auch ziemlich große Folgen. Gerade wenn man jetzt bei einer OP ist in so einem Krankenhaus und das Strom fällt aus und die Notstromaggregate laufen dann an. Aber mit was laufen die dann, wenn wir dann keinen Diesel mehr haben? Oder wenn wir uns komplett von Russland abkoppeln und wenn jetzt mal ein Monat kein Strom da ist und der Diesel ist dann aus für die Notstromaggregate, der dann wahrscheinlich eh schon astronomisch teuer ist, wo dann kein Nachschub kommt, weil ja alle E-Autos fahren. Und darum hat das für mich nichts mit Hassen zu tun. Das ist halt jetzt einfach die Erklärung. Hier, warum hast du eigentlich Hass auf Menschen, die für erneuerbare Energien sind? Ich habe da keinen Hass. Und erneuerbare Energien in so einem bestimmten Level sind bestimmt auch gut. Aber die Frage muss man sich halt auch stellen, will man sich die Umwelt wirklich so verschandeln, alles zustellen? Also ich finde das jetzt nicht umweltfreundlich, wenn jetzt da überall diese Anlagen aufgebaut werden. Wenn Wälder dafür gerodet werden. Auf der anderen Seite binden ja Wälder und Bäume auch wieder CO2. Und dann werden wieder komplette Wälder gerodet, dass man da die ganzen Anlagen aufstellen kann. Also ich verstehe die Logik einfach nicht von der Politik. Sorry. So schauen wir mal weiter. Der hat da noch was geschrieben. Das ist ja wohl mehr als lächerlich, das Argument. Da lacht er sich tot. Wegen den Vögeln. Du hast mit vielen recht, was du sagst, aber manche Aussagen sind echt durch. Also da ging es da darum, dass ich gesagt habe, dass so Windkraftanlagen ja auch ein Problem sind für Tiere, Vögel, Insekten und so weiter. Und er sagt, das ist halt Quatsch. Wenn man das aber jetzt genau nachliest, zum Beispiel Mainstream-Medien, Geomagazin, Windenergie und Vögel. Die Opferzahlen sind viel höher als gedacht. Für die Befürworter der Energiewende ist es eine unbequeme Tatsache. Windkraft fordert immer mehr Opfer unter Vögeln, Fledermäusen und Insekten. Gut fürs Klima, schlecht für die Natur. Das kann man auch auf vielen Seiten nachlesen. Das wird dann auch von der Presse immer so runtergespielt und eventuell irgendwelche Ansatzpunkte, wie man das lösen könnte. Aber unterm Strich ist es für die Tiere dann wohl doch nicht so gut. Und was noch dazu kommt, das ist der sogenannte Infraschall. Infraschall, der unhörbare Lärm, der krank macht. Diese Geräusche liegen unter der menschlichen Hörschwelle. Also der Mensch hört ja circa von 40 Hertz bis 20.000 Hertz, sage ich jetzt mal. Also wo ich noch viel Musik gemacht habe und CDs produziert habe, da war es ja zum Beispiel immer wichtig, dass man bei CDs so den Bassbereich abgeschnitten hat. Denn in der Musik nennt man das Trittschall. Dann wird der Sound einfach nicht so fett und so transparent, weil da einfach Bassfrequenzen dann drin sind, die die Boxen nicht gut verarbeiten können, die sehr viel Energie kosten und dann das ganze Mix einfach schlechter machen. Und das ist eben da auch, das hört der Mensch nicht. Dennoch hat Infraschall eine Wirkung auf den Menschen. Welche ist umstritten? Doch durch den Ausbau der Windenergie gerät das in den Fokus der Wissenschaft. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte kein Windrad vor meiner Haustür haben. Und weil er auch schreibt, oben hat er geschrieben, wegen Reaktorunfällen. Das ist halt jetzt eben die andere Seite der Medaille. Entweder wollen wir Technologie haben, wir wollen wirtschaftsführend sein, wir wollen Technik entwickeln, wir wollen produzieren, dann brauchen wir viel Strom. Und das geht für mein Dafürhalten nur mit Kernenergie. Und das ist auch die umweltfreundlichste Energie. Und klar kann da mal ein Reaktorunfall passieren. Aber eigentlich sind die relativ sicher. Das mit der Ukraine damals, Tschernobyl, das hätte so gar nicht passieren dürfen. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, was da alles schuld war. Und Fukushima war einfach zu nah am Meer gebaut. Aber da war ja der Fehler jetzt nicht an der Anlage selber, sondern weil es eben diesen Tsunami gab. Und da dürfte man halt kein Kraftwerk hinbauen. Da müsste man daraus lernen. Und dazu kommt ja noch die Technologie von dem Flüssigsalzreaktor, von dem Thoriumreaktor. Und das ist eine völlig andere Technologie, bei der man dann auch diesen Müll, der jetzt schon entstanden ist, verwenden kann. Aber die hätten da gern weiter geforscht. Und da wurden die Gelder dann wieder zugedreht. Und ihr werdet das sehen. Dann werden in Deutschland Kernkraftwerke gebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders gehen soll. Unmöglich für mich. Und da kann man jetzt noch so viele Solarzellen und Windkraftanlagen aufbauen. Das wird, glaube ich, nichts bringen. Weil man hat ja mit dieser Netzfrequenz immer noch das Problem, wenn jetzt in einer Region zu wenig Wind geht oder zu wenig Sonne erscheint. Gerade im Winter ist das so. Es geht wenig Wind. Die Solarzellen, die sind mit Schnee bedeckt. Da sagen dann auch viele, ja, aber die produzieren auch Strom, wenn die Sonne nicht direkt drauf scheint. Aber eben halt nicht so viel. Man sieht es ja auch an dieser Grafik. Da sieht man ganz klar so Schwankungen. Hier zum Beispiel im Januar das Photovoltaik, das müsste das Gelbe sein, kaum produziert wird. Da hat man dann zwar auch wieder mehr Wind, aber nicht in Bayern. Und dann hier im Sommer, im Juni, da haben wir dann natürlich mehr Photovoltaik, aber da geht die Windenergie dann wieder zurück. Und du hast dann ein irrsinniges Problem, dass du immer diese 50 Hertz irgendwie aufrecht erhältst mit dem Bedarf. Und das ist für mich nicht grundlastfähig. Und ein Kernkraftwerk produziert ja jeden Tag die gleiche Energie. Die ist ja viel grundlastfähiger. Und ich kann mich da halt nicht drauf verlassen. Ja, heute scheint mal die Sonne sehr stark. Jetzt habe ich zu viel Strom. Da muss ich dann wieder runter regulieren oder ins Ausland verschenkt, dass meine Netzfrequenz nicht durcheinander kommt. Und dann vielleicht im Winter habe ich zu wenig Strom. Da müssen wir dann ganze Stadtteile abschalten, damit wir da nicht zu einem Blackout kommen. So, das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Vielleicht bin ich auch völlig falsch. Schreibt es mir in die Kommentare. Aber das ist halt meine Antwort drauf. So sehe ich das. Wenn du mich unterstützen möchtest, stört dir Priester.de Support. Ganz wichtig hier mein Telegram-Kanal. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du die anderen Links mal durchcheckst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, das hat dir jetzt Spaß gemacht. Bitte lass einen Kommentar und einen Daumen da. Und dann bis demnächst. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen. Auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester. Und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020